Was ist ein Medical Spa? Ein Medical Spa ist eine Mischung aus einem traditionellen D-Spa und einer medizinischen Klinik. Dies ist eine relativ neue Art von Spa, deren erste in den späten 80er Jahren eröffnet wurde. Traditionelle D-Spa's konzentrieren sich auf eine entspannendere Atmosphäre, in der die Gäste Massagen und Gesichtsbehandlungen erhalten können, und medizinische Spaß bieten eine eher klinische und gleichzeitig entspannende Atmosphäre. Medical Spa werden unter der Aufsicht eines Arztes betrieben. Viele Heilbäder bieten gebräuchliche Wellnessangebote wie Massagen und Salzbilling an, sie konzentrieren sich jedoch hauptsächlich auf andere Dienstleistungen, die nur unter Aufsicht eines Arztes durchgeführt werden sollten. Diese Dienstleistungen umfassen Hautpflegedienste, Aknebehandlung, Gewichtsabnahmeprogramme und sogar plastische Operationen. Medical Spa bieten auch Mikrodermabrasion, Laserhaarentfernung oder Behandlung roter Flecken an. Hautpflege und Aknebehandlungen sind in vielen medizinischen Spas beliebte Dienstleistungen. Ein solcher Service, den ein medizinisches Spa anbieten könnte, ist ein Hydrafacial. Diese Gesichtsbehandlung reinigt und pflegt und befeuchtet und erneuert die Haut. Ein medizinisches Spa bietet möglicherweise auch chemische Peelings und traditionelle Gesichtsbehandlungen an, und es kann ein chemisches Peeling oder eine Dermabrasion zur Behandlung von Akne verwendet werden. Laserbehandlungen sind in vielen medizinischen Heilbädern ein beliebter Service, da diese Verfahren nur unter der Aufsicht eines zugelassenen Arztes durchgeführt werden sollten. Diese Behandlungen können von einem medizinischen Spa verwendet werden, um Akne oder Falten zu behandeln. Sie können auch zur Haarentfernung verwendet werden. Programme zur Gewichtsreduktion sind eine weitere beliebte Behandlungsoption in vielen medizinischen Spas. Mehrere medizinische Spas konzentrieren sich auf einen ganzheitlichen und ernährungsbezogenen Ansatz. Viele Menschen könnten das Gefühl haben, dass dies eine großartige Umgebung ist, in der sie sich auf ihre Gewichtsabnahmeziele konzentrieren können. Ein medizinisches Spa, das auf diese Art der Behandlung spezialisiert ist, kombiniert möglicherweise Ernährungserziehung, Spa-Behandlungen, Bewegung und modernste Techniken, um eine Person beim Abnehmen zu unterstützen. Einige Spaß bieten sogar Resident-Programme an. Plastische Chirurgie ist ein weiterer Service, der in einigen medizinischen Spaß angeboten wird. Ein plastischer Chirurg wertet Kandidaten aus, empfiehlt Behandlungen und führt Operationen im Medical Spa durch. Erholung findet auch im Spa statt. Viele Menschen bevorzugen diese Umgebung für plastische Chirurgie, weil sie in den meisten Kliniken für plastische Chirurgie entspannender ist als die Umgebung. Das ultimative Ziel eines Medical Spa ist normalerweise die Schaffung einer Umgebung, in der ein Kunde medizinische Behandlungen in einer entspannenden Umgebung erhält. Dies könnte eine Person komfortabler machen, während sie Verfahren durchmacht, die in herkömmlichen Umgebungen unangenehm wären. Viele Menschen möchten unbedingt in ein Heilbad gehen, weil ein Arzt alle Aktivitäten überwacht. ... ... ...